Herzlich Willkommen im Besenwagen, hier spricht Ihr Kapitän. Heute fliegen wir in ein mir völlig unbekanntes Universum, was ich auch heute erst kennengelernt habe und weiter kennenlernen darf mit Ihnen zusammen. Das Dezember-Trainingslager. Es muss unglaublich langweilig sein. Ja, ist es auch. Aber ich dachte, da kommt jetzt noch was. Du meintest, früher waren die nicht so langweilig. Achso, ich dachte, du wolltest noch das Intro zu Ende bringen. Ja, ich wollte das Intro danach zu Ende bringen. Früher haben die alle gekokst und Ecstasy genommen, haben mit Table Dancerin abgeschäkert und ihn mal mit aufs Hotelzimmer genommen. Okay, Folge vorbei oder was? Aber zunächst zu brandaktuellen und wichtigen Themen. Ihr wisst, der Besenwagen ist immer für euch da. Wenn es richtig hart wird, fährt der Besenwagen hinter euch her. Und gerade muss er hinter einem unserer Idole herfahren. Chipo geht's, glaube ich, richtig schlecht. Beziehungsweise mittlerweile geht's schon wieder. Jetzt ist er nämlich Skifahren. Vorher hat er aber irgendwie echt zwei, drei schlimme Wochen gehabt. Von seinem normalen Instagram-Profil, wo er normalerweise irgendwie oberkörperfrei posiert, sich einölt und irgendwelche Muskelposen auf dem Fahrrad macht oder seinen Pain-Face, was er auch gerne reinhält, ist er ein bisschen abgedriftet. Er hat sich irgendwie so einen kleinen Chihuahua-Hund gekauft, hat Bilder mit dem im Bett gemacht, hat gesagt, dem Hund geht's nicht gut, da geht's mir auch nicht gut, hat irgendwelche komischen Hypno-Videos vor dem Meer oder vor irgendwelchen Bergpanoramen gemacht und ganz seltsame Sätze dazu gesprochen. Ja, Chipo ist mir auch schon aufgefallen. Also ohne, dass du das gesagt hast, irgendwann hab ich dir, glaube ich, ein Bild von ihm geschickt, wo er da mit seinem Hund im Bett liegt und dann haben wir das beide länger verfolgt und irgendwie scheint er echt so eine kleine Mitlauf-Crisis jetzt zu haben. Ich glaube, das ist auch irgendwas mit Frauen. Ja, hundertprozentig. Ist er in solchen Situationen eigentlich immer, oder? Du kommst den kleinen Chihuahua, schläft mit dem im Bett, fährt mit dem Hund Skifahren, also schon... Das ist mir geil, dass er jetzt dabei ist. Der ist bestimmt dabei, der hat bestimmt einen Rucksack in der Jacke, in der Inntasche. Der ist ja so klein, und der Chico ist ja so ein Riesengerät, kann er sich bestimmt irgendwo in der Hosentasche stecken. Das kann echt gut sein. Aber kannst du dir dem vorstellen, wie der zum Beispiel auf den Flughafen geht oder irgendwo und dann dieses Riesengerät mit dem Muskelshirt und dann hat der so eine kleine, brillant gesetzte Handtasche, wo dann der Chihuahua drin sitzt und Kopf vorne raus schaut. Ja, das geht nicht. Irgendjemand muss ihm helfen. Wirklich. Ja, aber ich würde es gerne weiter verfolgen, wie das so abgeht. Ich finde, vorher war der Instagram-Account von ihm ja echt langweilig. Mittlerweile finde ich schon immer ganz witzig. Jeden Tag kommt halt irgendwie so ein Rollenvideo oder jetzt halt gerade vom Skifahren oder ein Bild mit dem Hund. Vielleicht ist er noch ein kurzer Media-Manager. Ja, genau. Er braucht einen oder er hat einen jetzt neuen? Nee, vielleicht hat er jetzt einen mittlerweile. Ich meine, der war ja so inaktiv und auf einmal postet er so eine Scheiße. Ja, aber im Rahmen seiner Midlife-Crisis hat er jetzt einfach Instagram entdeckt. Ja, um sich mitzuteilen, ja. Um seine Sorgen und Ängste der Welt mitzuteilen. Das auf jeden Fall passt nicht zu ihm. Ich will wieder den alten Chippo zurück, aber der kommt, ich bin mir sicher. Ja, einfach nur mit einem Muskelshirt oder einfach nur mit einem abgeschnittenen Trikot durch die Gegend fahren, ne. Braun gebrannt. Ohne Helm. So, wie ich sein muss. Gut, Breaking News. Alles, Sophie. Breaking News gestern noch. Sky steigt aus, hat jeder mitgekriegt. Ich glaube ich kaum, dass das irgendein Radsport-Fan nicht erreicht hat, die Meldung. Ja, für mich ist jetzt eigentlich nur so die Frage offen. Nächstes Jahr fahren die Jungs ja alle noch so für Sky und dann ist eine der bestbesetzten Mannschaften der Welt frei für neuen Sponsor und vielleicht auch für neuen Teamchef und so weiter. Für mich bleibt nur noch die Frage jetzt, wann kommt Oleg Tinkhoff zurück und kauft Sky auch? Ja, da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ey, Bjarne Ries oder Oleg Tinkhoff? Ey, Bjarne hat kein Geld. Ja, gut, aber der hat kein Geld. Bjarne Ries wäre in Ordnung. Ja, aber der hat kein Geld. Aber ich habe... Vielleicht kommen die zusammen wieder. Ey, passt auf, ihr habt das wahrscheinlich alle nicht mitgekriegt, aber ich habe seit dem Tinkhoff-Team Oleg Tinkhoffs privaten Instagram-Account abonniert und der war jetzt ohne Scheiß anderthalb Jahre tot. Der hat nichts gepostet, anderthalb Jahre und vor einer Woche hat er wieder angefangen zu posten. Oh, der kommt zurück. Der kommt zurück. Ich warte nur drauf, dass er zurückkommt. Ja, oder der hat auch ein bisschen Langeweile jetzt einfach mittlerweile wieder. Ja, und da ist Zeit für ein neues Radteam. Ja, aber mich nervt das jetzt schon. Also ich habe heute dann meine Internetseite, wo ich die Radsport-News so lese, aufgeschlagen und da stand gar nichts anderes mehr, als ob es keine anderen Themen war. Ja, aber bei Cycling-News waren die ersten drei Themen alle dasselbe. Ja, aber schon krass. Also ich meine, wenn du das mal überlegst, das ist ja, die haben ein Budget von 30 bis 35 Millionen Pfund. Keine Ahnung, wie viel, so 40 Millionen Euro wahrscheinlich in dem Dreh. Und was da für Leute rumfahren, wenn die auf einmal auf den freien Markt kommen, ist der Radsport so halb gefühlt. Nein, aber ich finde das halt die Vorstellung, dass das eventuell passieren könnte, finde ich so krass. Das würde den Radsport, also ich weiß gar nicht, in welche Richtung das gehen könnte. Ja, ey, Telekom ist auch irgendwann ausgeschrieben. Ja, aber das ist nochmal krass. Ich habe heute irgendwo gelesen, 10 oder 12 Fahrer über eine Million Euro im Jahr. Aber ich meine, es ist noch ein Jahr Zeit oder bis zur Tour haben sie, glaube ich, gesagt. Bis zur Tour lassen sich Zeit, ob ein neuer Sponsor kommt oder nicht. Und ich meine, es ist ja okay, die anderen Teams sind immer kleiner als Sky. Trotzdem ist es ganz oft so, dass ein Team irgendwie einen Sponsor verliert und dann wieder einen neuen findet mit der Zeit. Ja, aber das ist eine andere Kategorie. Genau, wie Paul das sagt, in der Kategorie einen Sponsor finden. Also ich weiß von dem erfolgreichsten Team zumindest, was die Siege angeht, dass die schon sehr viele Probleme hatten, überhaupt einen Sponsor zu finden. Da ging es um einen Bruchteil von dem Betrag, den Sky dann für 2020 braucht. Und wenn man sich die Teams da drunter mit relativ viel Budget anguckt, dann sind das eigentlich so immer so Typen wie Tinkoff, die dann halt da irgendwie ein Hobby gefunden haben und da riesig viel Kohle reingebuttert haben so in den letzten Jahren. Dass da jetzt ein Unternehmen kommt und sagt, boah, wir haben jetzt gerade irgendwie 40 Millionen Dollar oder 35 Millionen Euro oder was auch immer rumliegen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht zwei oder drei Unternehmen. Es wird eher interessant, wie sich die Fahrer dann alle aufteilen und 2020 könnte dann richtig spannend werden. Das glaube ich eher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da sind. die das ersetzen können, so eins zu eins. Oder die haben vielleicht schon so einen Plan B. Also keine Ahnung. Ja, also ich meine, der hat ja die meisten, also so Bernal hat er verlängert für vier Jahre, glaube ich. Dann Thomas hat nochmal drei Jahre, fühle mich ja auch ewig und der wird ja gewusst haben, dass da irgendwas am Köcheln ist. Also ich meine, die kommen jetzt ja nicht an morgens, sagen ja, Junge, wir sind raus nächstes Jahr, sondern ich denke mir schon, dass der ein bisschen... Hat es aber auch alles schon gegeben. Also es gab auch schon komplette Teams, die Fahrer unter Vertrag genommen haben, die dann im nächsten Jahr nicht an den Start gegangen sind. Also im Radsport ist ja alles passiert. Ja, aber ich meine, das ist halt geil. Ich kann mir das einfach so schwer vorstellen, weil so viel... Also das ist wirklich so ein Management. Und ich rede jetzt nicht von den Fahrern, aber das ist wirklich ein Management, so ein Brasswort, dass er gar nicht wusste, was auf ihn zukommt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber denkt ihr, dass er kein Backup, dass er nicht irgendwie ein Backup hat? Denkt ihr, dass irgendwas im Busch ist, dass irgendwas komisch ist? Das hat irgendjemand die Woche gesagt? Und dass sie sich rausziehen, weil sie schon wissen, dass irgendwas strange ist? Ja, also... Nee, glaube ich nicht. Kann auch immer sein im Radsport, ne? Ja. Ich glaube es ehrlich gesagt. Zwei Sachen, die fand ich ganz interessant, die ich dazu dann doch gelesen habe, weil nichts anderes zu lesen war. Contador hat sich dazu gemeldet und der meinte so, ja, ist jetzt nicht eine riesen Überraschung, weil die waren jetzt eben schon zehn Jahre im Sport. Und ich meine, guck dir mal andere Teams an, da ist das im seltenen Fall so eine lange Zeit, wie die Firmen da drin sind, weil für ein Unternehmen ist halt immer so eine Planung halt auch, ne? Irgendwie, ja, die nächsten fünf Jahre und dann gucken wir mal, verlängern wir vielleicht nochmal. Ansonsten ist dann für die immer halt so eine Marketingstrategie dann auch vorbei. Aber das ist halt auch so, was die UCI gerade prüft, ne, Paul, was du angesprochen hast, dass der jetzt da einige Verträge über mehrere Jahre vergeben hat und dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gewusst haben wird, dass Sky aussteigt, ne? Also... Ja, und das andere ist halt auch, das ist auch schon länger bekannt, dass... ja, Sky und Century, 20 Century Fox oder wie auch immer, die wurden ja übernommen von einer anderen, von Investor oder so. Und wenn die halt keinen Bock auf Radsport haben, dann verlängern die halt nicht über die Verträge hinaus. Das ist halt auch einfach ganz normal. Das ist ja auch so ganz viel abhängig, wer da in dem Board sitzt, ob der irgendwie Radsport geil findet oder nicht oder als richtige Strategie. Von daher, ich finde schon, dass die Erklärungen von der Sky-Seite plausibel sind und ich glaube nicht, dass da irgendwas großartig im Busch ist und dass man sich deswegen rauszieht. Weil ich meine, die haben jetzt die Jibby-Bag-Affäre mit Wilkins gehabt und das mit Froome. Also man hat ja schon ein paar Storys, wo man hätte aussteigen können. Und ja, ich glaube, da war nie Anlass genug, um da irgendwie das zu beenden. Ich denke wirklich, dass es einfach finanzielle, marketingtechnische Angelegenheiten sind. Ja, aber dass Sky aufgekauft worden ist, ist schon länger bekannt. Und da habe ich mir schon gedacht, bin ich echt mal gespannt, ob die jetzt bei so einem Riesenengagement bleiben im Radsport. Weil ich weiß gar nicht, läuft in Großbritannien dann auf Sky laufende Radrennen? Ich glaube schon. Ich glaube, die Briten gehen ganz gut ab da drauf, oder? Also ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Nee, also ich glaube, es gibt Sky Sport, da bringen die so Reportagen und sowas oder Interviews. Aber ich glaube, Radsport selbst nur läuft, glaube ich, auf Eurosport und ITB und so. Aber direkt bei Sky bin ich der Meinung nicht. Also ich würde mich zu hundert Prozent festlegen, aber ich habe nie was davon gehört, dass sie live übertragen. Das habe ich mich ja auch schon immer gefragt, warum überhaupt die beiden im Radsport-Team werben. Aber na gut, wir können gespannt sein, wie das da weitergeht. Wird auf jeden Fall den Transfermarkt nächstes Jahr gut ankurbeln, glaube ich. Ja, dann gibt es noch so ein paar Klassiker-News. Was heißt News? Fahrer positionieren sich. Sagan sagt, er will jetzt alle fahren und er bereitet sich auf alle vor. Matthews geht Alle was? Alle Klassiker. Und Matthews will Flandern fahren. Das hast du aufgeschrieben. Hast du was zu erzählen dazu? Ja, ich finde das spannend, ehrlich gesagt. Michael Matthews und Flandern-Rundfahrt. Was ist spannend? Ja, aber ich meine, aber ich finde es eigentlich überfällig. Also ich habe mich eh schon gewundert, warum man ihn so lange warten lässt. Ich finde, vom Fahrertyp liegt denn das schon? Also es ist halt die Frage, er hat ein relativ gutes Bike-Handling, aber seine Positionierung auf dem Rad ist natürlich schon suboptimal, weil er extrem weit über im Tretlager sitzt, noch vorne über Lenker. Naja, aber das musst du ja auch berücksichtigen, wie du damit auf dem Pflaster klarkommst. Wenn du halt so weit vorne... Über Sagan haben das auch immer alle gesagt, dass der bei Paris-Roubert nicht so gute Chancen hätte, weil er so scheiße am Rad sitzt und dann hat er es trotzdem gewonnen. Da hat Paul aber recht, aber Sagan sitzt nämlich nicht so weit vorne und eigentlich ist das richtig, dass du ein bisschen Druck hinten brauchst, was Boden hatte. Aber Sagan saß früher auch noch weiter vorne, als er es jetzt tut. Wenn du mal Videos, wenn du mal Bilder anschaust, war noch extrem. Aber ich finde, vom Körper, von den Fähigkeiten ist es wahrscheinlich genau sein Rennen. Also mit den Hellingen ein extrem langes Rennen und schwer. Also ich glaube schon, dass du mir das auf jeden Fall entgegenkommst. Ja, also ich bin auch gespannt. Also eigentlich die körperliche Voraussetzung sehe ich auf jeden Fall. Ich meine, bei den Weltmaßschaften immer vorne, bei Lüttich, Bastoni Lüttich schon, ich glaube zwei oder drei Monate in Essen zehn, der hat auf jeden Fall das, was man dafür braucht, die Voraussetzung, dass gar nicht so zwei Minuten schnell einen Berg rauf sprinten, sondern irgendwie am Ende nach 230, 240 Kilometern noch genügend Energie zu haben. Und vor allem, was ich da so spannend dran finde, weil wenn der Typ sich halt irgendein Ziel gesetzt hat, dann hat er es meistens auch erreicht oder war halt Zweiter bei einer WM oder so. Das finde ich halt bei ihm schon krass. Der sucht sich irgendwie ein Ziel raus und dann verfolgt er das und hat dann auch die Freiheiten im Team, sage ich mal, die dem das so ermöglichen. Und ich finde es viel spannender, dass der da jetzt nächstes Jahr mitfährt, als bei Verde oder Nibali, wo die immer so einen riesen Hype draus gemacht haben. Dem rechne ich wirklich hohe Siegchancen zu. Hat der schon mal einen Klassiker gewonnen? Der hat irgendwann mal gesagt, ich weiß noch, so ein Zitat von ein oder zwei Jahren, dass er wahrscheinlich warten muss, bis Sagan in Rente geht, bis er endlich mal einen Klassiker gewinnt. Nee, hat er noch nicht. Ja, die sind ja auch ziemlich ähnlich. Hat er ja auch ein starkes Team mit Sunweb nächstes Jahr. Der kann jetzt mal wieder ein bisschen die Taktik eine Rolle spielen. Weiß ich nicht so. Jeder guckt auf Sagan. Die anderen haben jetzt nicht so den herausstehenden Favoriten auf jeden Fall. Ja, vor allem der Favoritenkreis der Teams wird halt auch größer. Allein dadurch, dass Nikit Herbst war, der auch dann zu den Franzosen gegangen ist. Und ich weiß nicht, mein André fährt jetzt ja auch beim anderen Team, auf der er auch mal versucht, da vorne rein zu fahren. Wenn ja diese offensiven Attacken kommen, dann nicht nur von einem Team, sondern die Bandbreite der Teams ist jetzt wesentlich größer wahrscheinlich nächstes Jahr als die Jahre zuvor. Und das kann ihm natürlich auch entgegenkommen, weil ein Rennfahrer ist das ja auch schon, der auch längere Attacken durchziehen könnte. Von daher habe ich echt was mit ihm gehört. Will nicht André irgendwann mal Flandern gewinnen? Ich hatte das Thema mit Andi schon die Woche und er meinte jetzt nicht mehr, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, er wollte das schon die ganze Zeit gewinnen und hat es auch versucht. Weil du meintest ja, er ist immerhin so Ausreißergruppen. Und du sagst, dass er muss früh wegfahren werden. Und warum? Ja, weil halt am Ende, wenn es an das dritte Mal Paterberg geht, wo dann Sagan oder Terbstraut oder sonst wer losfährt, da muss er schon vorne sein. Dass er dann irgendwie aufgefahren wird und dann hat er gute Chancen im Sprint gegen die zu gewinnen. Aber zu den letzten Attacken oder so, da muss er halt schon vor den Attacken sein. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach die einzige Taktik, die er so fahren kann. Aber du denkst, in dem Team kann er das nicht mehr machen? Doch. Doch, kann er jetzt genauso fahren. Aber er wird jetzt nicht bis zum letzten Mal Paterberg warten. Aber wenn, dann ist schon Flandern sein Klassiker, oder? Also da hat er es auf jeden Fall öfters mal probiert. Da ist er mir aufgefallen. Der Unterschied ist halt jetzt, dass er, wenn er jetzt in die Attacken geht, halt für sich selbst in die Attacken geht und nicht als Sprungbrett für andere Rennfahrer. Bei Lotto war ja eher so, dass er geht und dann vielleicht aufs Tisch binot warten musste. Das ist halt aber als vorbereitende Maßnahme. Jetzt kann er es jetzt selber machen. Aber halt am Ende von so Flandern... Nee, jetzt macht er es für Robert Wagner. Ja, genau. Aber am Ende von Flandern ist halt irgendwo auch Watt pro Kilogramm dann doch auch ein bisschen mitentscheidend. Also, ich meine, Terpstra, wie es auch noch hingegangig diskutiert worden in den Medien, hat er auch abgenommen ein bisschen vor Flandern. Und es ist schon nicht so unwichtig, dass man da die letzten Hellinge, weil die sind schon steil und du fährst halt auch nicht nur 10 Sekunden hoch, da musst du irgendwie auch ein gutes Verhältnis haben. Können wir bei Gelegenheit dann nochmal genau analysieren. so ein Radrennen. So könnte man ja mal so vor der Flandernrundfahrt machen vielleicht. Genau, da können wir das Thema noch ein bisschen tiefer behandeln. Ich fand jetzt, war ja doch relativ viel spannende Infos für mich diese Woche oder die letzten paar Tage in den Nachrichten. Was ja gerade so aktuell ist, eigentlich sind alle Teams irgendwo im Trainingslager und dann gibt es auch die ersten offiziellen Pressetermine für 2019. Und ja, der Bombi hat auf jeden Fall einen neuen Vertrag unterschrieben bei Bora, das war zu lesen. Irgendwie drei Jahre verlängert. Und fährt nächstes Jahr ein Giro. Der wer? Der wer? Der Bombi. Der Bombi der Nation. Der Ackermann. Achso, der Ackermann. Achso, ja. Ja, und er muss nächstes Jahr ein Giro fahren, wo Watt pro Kilogramm auch eine kleine Rolle spielen, glaube ich. Und da hat sich dann direkt einen Tag später sein Teamkollege gemeldet und war davon nicht so begeistert. Sam Bennett hat dann, weiß ich nicht, selber eine Pressemitteilung rausgegeben oder hat irgendwie mit einem Reporter da wohl gesprochen. Und ja, der fand das nicht so geil, dass er jetzt nächstes Jahr weder Giro noch Tour fahren darf und hat es dann eigentlich auch mal herausgestellt, dass er irgendwie bei den letzten zehn Giro-Sprints, die er gefahren ist, nie schlechter als Dritter war und das halt nicht so ganz verstehen kann und meinte, wenn er ein Deutscher wäre, dann ist er sich sicher, wäre er nächstes Jahr auch den Giro gefahren. Und die Tour? Ja, ich meine, ist halt auch ein bisschen so, aber ist halt echt, ich weiß nicht, ob einer von euch hat das doch schon mal angesprochen, dass die nächstes Jahr echt zwei ganz gute Sprinte haben und dann halt noch einen Sagan, der das auch kann. Ich meine, Bennett hat dieses Jahr beim Giro gewonnen auch. Ja, das hat er auch gesagt, war der Einzige, der irgendwie gegen Viviani da konkurrenzfähig war und ist halt schon krass, dann direkt so einen Tag danach so eine Gegenreaktion, bin ich mal gespannt, wie sich das so intern regeln wird. Ich meine, er kann ja auch immer einer krank werden, dann kann er es vielleicht doch fahren, aber der scheint da nicht so ganz happy zu sein. Also ich meine, ich kenne den Sam, wir waren ja auch vier Teamkollegen und bei ihm ist so ein bisschen das Problem, dass er zurückhaltend und stellt ihn nicht so selbst in den Vordergrund. Ich glaube, jetzt mit dieser Aussage, die er getroffen hat, versucht er halt so ein bisschen Druck aufzubauen, was ich auch richtig finde, aber er macht es halt leider so rückwirkend und in dem Moment, wo er wahrscheinlich hätte die Eier auf den Tisch packen müssen, das heißt bei den Meetings und wie auch immer, da hat er es wahrscheinlich nicht so dementsprechend getan und es ist halt schade, also ich gebe ihm da auch recht, wenn er Deutscher wäre, würde er wahrscheinlich über eine Tour-Teilnahme reden, weil er hat das Zeug, auch bei der Tour eine Etappe zu gewinnen. Also ich meine, er hat vor drei Jahren schon World Tour-Rennen gegen alle Top-Sprinter gewonnen. Da waren Kittel am Start, da war Cavendish am Start, da war Scalabu und da waren sie alle, auch Kittel, da gewinnt er halt Rennen. Von daher, der hat das drauf, die zu schlagen, aber der hat halt nicht dieses Ego, was man vielleicht als Sprinter auch braucht, das kann ich auch bestimmt bestätigen und das fehlt ihm manchmal so ein bisschen und deswegen kommt er halt da auf die Rolle, was schon echt schade ist, weil Uuel da ist ein schönes Radlernen, aber es ist nicht vergleichbar mit Giro, Sprintetappensiegel oder bei der Tour und deswegen finde ich das schon auch schade, muss ihm auf jeden Fall recht geben, wenn er Deutscher wäre, wäre er dabei. Gut, vielleicht war das auch einfach nur ein verzweifelter Versuch, in diese Langeweile dieses Dezember-Trainingslagers ein bisschen Spannung zu bringen. Wir hören jetzt mal so einen kleinen Einblick ins Trainingslager von Bora Hansgrohe, von unserem österreichischen Freund. Servus Jungs, ja, es wird dann doch ein alleiniges Intermezzo vom Bora Hansgrohe-Teamcamp für die Saison 2019. Ich habe ja schon den Sticker zumindest im Zimmer aufgehangen und schwelge in der schönen Erinnerung von Gin Tonic, der jetzt natürlich nicht mehr Thema ist. Wir arbeiten gut und viel und hart und keine Ahnung, Gossip und Trashtalk ist eher gerade Fehlanzeige. Dafür ist Sponsor-Ride und Fotoshooting an der Tagesordnung. Ja, wie es halt so ist. Alles gehört irgendwie dazu und ja, ich wünsche euch einen schönen Podcast trotzdem, auch wenn es vielleicht nichts bringt, was ich da gerade erzähle. Ah ja, ich kann nur sagen, ich habe ein Xbox dabei und der Felix hat sein Playstation dabei und wir betteln uns regelmäßig. Er ist brutal, ne? Er ist echt eine, man hört wirklich die Spannung und die Dramatik raus direkt. Ja, aber am Anfang konnte man es ganz gut hören, dass es ja echt jetzt schon richtig Arbeit ist so für die Jungs in so einem Trainingslager. Ich habe das ja auch ein paar Mal mitgemacht und dann schickt man gerne mal so Freunden und so immer Bilder von Sonne, Strand und keine Ahnung was und alle denken, die machen sich ein laues Leben da. Aber jetzt geht es eigentlich schon richtig los mit hartem Training und dann ist das auch schon der größte Teil vom Tag und vorher, nachher hast du so ein paar Termine und hängst so dazwischen dann wieder so ein bisschen ab und ist eigentlich recht monoton und langweilig auf jeden Fall. Und du bist halt auch die ganze Zeit kaputt, weil du wirklich jeden Tag stundenlang am Rad sitzt. Ja gut, was auch auszuhören ist, ist, dass das jetzt nochmal die Zeit ist, wo die tatsächlich auch mal mit den Sponsoren irgendwie Termine machen können, irgendwie ein paar Bilder machen, ein paar Werbeshootings oder fürs Team oder für einen Sponsor oder was auch immer, sind zwar alle bereit, aber das ist noch so der Zeitpunkt der Saison, wo das wahrscheinlich noch nicht so wichtig ist, dass sie dann voll regenerieren. Ja, nee, das liegt glaube ich eher daran, weil das der einzige Zeitpunkt jetzt ist, wo noch alle zusammen da sind. Also du hast Teamkollegen, die siehst du danach einfach nicht mehr, bis du nächstes Jahr eventuell wieder mit denen im Dezember ins Trainingslager fährst, weil die Rennplanung halt so unterschiedlich ist, dass du mit manchen Leuten halt gar nicht mehr zusammenkommst. So die ersten fahren dann schon im Januar nach Australien oder irgendwo anders die ersten Radrennen und im Zweifel siehst du dann halt echt nicht mehr wieder. Und da hast du dann halt als Team nur die Möglichkeiten, da noch irgendwelche Fotos oder Pressetermine reinzuschieben. und das ist halt auch so ein bisschen das Ding, du stehst halt morgens auf, Frühstück und vielleicht vorher noch ein bisschen Sport, dann gehst du Radfahren und dann hast du wieder den nächsten Termin und so, das ist halt so, du warst halt auch nicht wirklich frei, weißt du? Wie sieht es so mit Tests aus in den Trainingslagern, spielt das eine Rolle, irgendwie Lektarstufentests, wie fett bist du? Ja, ich meine, das kann man gar nicht so pauschal sagen, ich meine, da fahren ja auch, macht jedes Team, hat ja irgendwie andere Coaches und jeder hat irgendwie ein anderes System. Ja, wenn man die einfallen halt auf die Rolle, die anderen machen das halt irgendwie am Berg, Lektar-Test, aber als ich Profi geworden bin, war es noch weniger der Fall. Ich meine, ich war auch bei Müllrahmen, die war jetzt nicht so innovativ, aber wir sind jetzt im Dezember, sind wir eigentlich eher spazieren gegangen morgens, als irgendwelche Tests zu fahren, aber ich meine, jetzt sieht man das ja auf den Bildern, dass halt es natürlich viel mehr geworden ist mit den Tests, auch im Dezember, auch bei Bora hatten wir das, zu dem Zeitpunkt, als ich da war, hatten wir im Dezember keinen Test, ich bin bei Bora nie einen Test gefahren von dem Team aus, auch. Krass, bei Quickstep mussten zwei Tests fahren, einmal auf dem Ergometer und dann ein paar Tage später nochmal am Berg. Das war auch so ein richtig beschissenen Stufentest, so acht Minuten eine Stufe. bis eine Stunde, also ich bin keine Stunde gefahren, aber da waren welche, die waren so um den Dreh auf jeden Fall auf der Rolle da. Boah, hauert dieser Test, also lieber kurz und intensiv, als stundenlang da wirklich nur so 30 Watt Abstufung zu fahren. Fuck. Richtig, das habe ich gehasst wie die Pest, so. Alter, auf dem Ergometer noch, das fuckt so ab. Dann am besten noch kein Schalterventilator dabei. Du schwitzt dich zu Tode. Naja, gut. Das heißt, ich einmal, wir sind hier immer zu zweit gefahren und ich war relativ häufig mit Gerd Steegmans auf dem Zimmer und bin dann auch den Test mit ihm gefahren. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie rum es ging. Also wir sind nebeneinander gefahren und waren ungefähr gleich kaputt auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, aber einer von uns beiden hätte auf jeden Fall noch länger fahren können, hat dann aber direkt mit dem anderen aufgehört, weil er gemeint hat, wenn er nur so lange fährt, dann brauche ich auch nicht länger zu fahren. Ich kann dir ja echt nicht mehr sagen, in welcher Reihenfolge das war. Also es könnte, hättest du beiden gut gepasst auf jeden Fall. Paul, dein Lieblings-Dezember-Trainingslager, in welchem Team war das? Mit welchem Team warst du am liebsten weg? Boah, also ich meine, die krassesten Erinnerungen oder nicht mehr vorne Erinnerungen waren auf jeden Fall mit damals Lamonta und dann halt auch mit Milram. Es waren auch so die Zeiten, wo man halt im Dezember-Trainingslager auch noch mal im Bierkönig eingekehrt ist, sich rausgeschlichen hat und ja, das war auf jeden Fall zum Teil heftig und auch anstrengend am nächsten Tag. Aber sonst sind Dezember-Trainingslager, ich meine, auch bei NetApps im ersten Jahr ist man nochmal weggegangen, auch so mit dem Team, weil es war halt so eine Art Teambuilding-Maßnahme. Mittlerweile kann man das im Dezember ja gar nicht mehr machen, weil wie Storpe schon sagt, im Januar, Februar fährst halt irgendwie schon auf so einem hohen Niveau, da kann es im Dezember nicht mehr irgendwie anfangen, da abends noch die einen reinzuschütten und da vielleicht auch mal einen Trainingstag ausfallen zu lassen. Von daher hat sich schon einiges geändert. Aber ich habe ja dann auch die letzten Jahre in Spanien gewohnt und da war ich nicht mehr so der Fan von diesem Dezember-Trainingslager, weil das ist ja im Prinzip, ich bin ja, weil die Havane-Mauk-Mallorca fliegt irgendwie dreiviertel Stunde, um dann in den gleichen Klima zu fahren, in den gleichen Gegebenheiten wie zu Hause. Das ist dann, ja, war dann nicht so geil, aber gut gehört halt auch mit dazu. Mein Opa würde jetzt sagen, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Ach so, mein Opa war noch ein richtiger Mann. Ich kenne nur, wer saufen kann, kann auch Rad fahren. Ja, genau so ist es doch. Ja, aber das hat sich tatsächlich geändert. Bei Quick-Step war halt auch, das vielleicht dann, also auf jeden Fall zu der Zeit, wo ich da war, anders. Da bin ich im Dezember-Trainingslager vom Glauben abgefallen, wie schnell die fahren, zu dem Jahreszeitpunkt. Also ich kam da so relativ entspannt hin und dann fährst du halt irgendwie leicht wellig dann schon mit der Klassiker-Truppe trainieren und dann hast du mal kurz 800 Watt auf dem SRM draufstehen und vor dir unterhalten sich Bohnen und Steakmanns noch. Und ich dachte mir nur so, 5. Dezember, was mache ich eigentlich? Was für ein Jahr war das? 2010 dann, ja. Okay. Davor, also davor waren die Trainingslager im Dezember bei den Profi-Teams anscheinend auch noch anders. Da gibt es so einige Geschichten, dass die da dann doch eher in Richtung von dem, was Paul erzählt hat, unterwegs waren. Jetzt hat er sich eine Weile lang überlegt, ob er das Wort Strip-Club in den Mund nimmt. Ja, das ist, keine Ahnung, das war, das machen ja viele, ne? Also es gibt ja eine Story von einem Kölner, ja, ehemaligen Kölner Radfahrer, wobei der eigentlich schon bei den Amateuren dann mehr oder weniger oder U23 aufgehört hat. Der hat sich schon noch im U19-Nationalmannschaft-Trainingslager in eine Stripperin verliebt und hat dann aufgehört und hat versucht, die Stripperin zu heiraten. Ernsthaft? Ja, der ist dann tatsächlich ein paar Wochen später wieder nach Mallorca geflogen und war auch eine Zeit lang wirklich mit der Stripperin zusammen und hat mehr oder weniger seine Karriere beendet deswegen. Was schade war, weil er da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so der beste Juniorenfahrer in Deutschland war. Ja, so geht das manchmal, ne? Wo die Liebe hinfällt. Ja. Der war auf die Zinsfläche im Club Amerika. Ja, das war halt so, keine Ahnung, also ich bin ja als Juniorenfahrer eigentlich nur mit der Nationalmannschaft im Trainingslager gewesen, ansonsten habe ich immer hier in Deutschland trainiert, auch im Winter. Aber so die ganzen anderen, die dann in der U23 mit mir immer irgendwann auf Mallorca waren, die kannten auf jeden Fall diesen Club Amerika schon alle. Ich kenne ihn nur vom... Und du hast nie was davon gehört? Ja, ich kenne ihn halt nur, weil die ganzen Leute immer davon erzählen. Aber ich war noch wirklich noch nie da. Aber apropos Tripclub, wovon ich eigentlich auch keine Ahnung habe, wie die so trainieren in der Jahreszeit. Wir können ja mal hören, wie es bei so einem Frauenteam aussieht im Trainingslager. Oh Gott, das ist eine heftige Überleitung, aber ja. Die schneiden wir nicht raus. Nee, nee, die hat auch nicht dafür gedacht, um rausgeschnitten zu werden. Hallihallo aus Malaga. Ich bin hier mit Kenyon Sram, wie man sich vielleicht denken kann. Wir sind seit dem 5. Dezember hier, also schon ein Weilchen. Typisch für so ein Dezember-Camp steht nicht nur Training auf dem Plan, das trotzdem viel Zeit einnimmt, aber wir haben auch viele Sponsoren da. Wir haben Präsentationen, wir filmen, wir machen Fotos, Fittings, gerade was Schuhe angeht, Radeinstellung angeht. Von dem her ist der Zeitplan immer relativ voll. Also wir kriegen jeden Abend einen Zeitplan, wo jeder individuell seine Termine drinstehen hat. und damit ist der Tag auch ziemlich gut durchgetaktet. Also viel Freiphasen hat es eigentlich nicht. Man hat immer mal hier und da eine halbe Stunde. Aber so richtig Beine hochlegen ist trotzdem nicht. Gleiches gilt fürs Radfahren. Die Gegend hier ist mega, mega bergig. Das heißt, es geht hoch und runter und das konstant. Also Flachstücke gibt es eigentlich kaum. Hier am See entlang gibt es einen Kilometer flach. Den habe ich gestern auch, glaube ich, achtmal gefahren, um mir nochmal ein bisschen die Beine auszurollen. Ansonsten steht morgens ein kleines Highlight ein bei uns. Wir fahren morgen sechs Stunden in die Sierra Nevada und ziehen uns dann da um und wandern auf den Dreitausender, wo es dann oben heiße Schokolade auf dem Gletscher gibt. Also das wird, glaube ich, nochmal ein ziemlich großes Highlight. Ansonsten laufen hier parallel noch die Swift Academy Finals. Also die letzten drei übrig gebliebenen in der Swift Academy sind hier, um sozusagen Tanja 2.0 zu suchen. Die Mädels werden gerade ordentlich unter die Lupe genommen mit gestern Abhill-Test, Lead-Outs, heute steht ein Ramp-Test an und nochmal ein Rennen. Das heißt, die müssen tendenziell noch ein bisschen mehr leiden als wir. Sind aber zum Glück auch kürzer da. Ja, ansonsten Trash-Talk kann ich leider gar nicht bieten, weil es ziemlich gut ist gerade. also nicht gut ist gerade, aber so die Stimmung ist mega positiv, alle sind gut drauf. Keines Aufgelage, keine Nutten. Also leider kein Trash-Talk. Wir sind hier irgendwo im Outback, also wir sind nicht direkt in Malaga, sondern in Winuela und um uns herum hat es eigentlich nichts. Das heißt, es kann auch keiner in den Club entflüchten, nicht so wie in Palma. Daher habe ich enttäuschend wenig zu bieten. Falls noch was aufkommt, melde ich mich. Liebe Grüße. Ja, also bei denen gibt es auf jeden Fall keine Nutten. Auch bei denen nicht. Klingt aber doch noch ein bisschen spannender als so ein Herrentrainingslager, oder? Also sie haben auch immer mehr Aktivitäten und irgendwie klingt es auch so ein bisschen lustiger. In der Sierra Nevada war ich auch mal im Höhentrainingslager. Voll geil. Warst du auch schon mal da? Wofür bitte? Ich war auch schon mal da. Ich war wirklich so ein schlechter Bergfahrer, dass sie mich da hingeschickt haben, um ein besserer Bergfahrer zu werden. Aber wofür? Welchen Berg hättest du hochfahren sollen? Egal welchen. Ja. Hauptsache ein bisschen schneller als vorher. Das hat gute gekriegt. Genau. Aber das war auch ganz geil. Wir hatten damals so zwei Weißrussen noch in der Mannschaft. Irgendwann hatten wir nachmittags auch so. Wir hatten auch Trainingslager. Immer so ein bisschen Freizeit, aber halt auch nicht so viel. Irgendwann wollten wir dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht warum, haben die auf jeden Fall gesucht und die waren weg. Ich war glaube ich im März oder so da. Da lag halt noch Schnee oben und die waren einfach Skifahren in Jeans und so Winterjacke vorm Team sind die einfach Skifahren gegangen. Also fanden die Trainer nicht so geil. Auf jeden Fall. Okay, ich habe gedacht, das wäre eigentlich schon okay gewesen. Ja, nee, Alpinski sind die gefahren. Also das ist jetzt nicht so geil. Ja, ist ja gefährlich. Ja, aber auch keine Nutten bei den Frauen im Trainingslager. Da sagt immer einer, früher wäre der Radsport besser gewesen. Ja. Ja, hättest es früher solche Frauentrainingslager gegeben? Hat irgendeiner eine Ahnung, was es früher für Frauenteams gab? Andi, wie ist deine Mutter noch hart gefahren? Nürnberger. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ja. Weil du eben gerade auch meintest, das hört sich ja genauso an wie bei den Männern. Sogar noch besser. Ja, oder noch besser. Das ist eigentlich echt eine interessante Frage, ob das so vor ein paar Jahren auch alles schon so professionell abgelaufen ist. Ich glaube nämlich eher nicht so. Das war eher mit Wäsche selber trocknen auf dem Zimmer und so. Wobei man sagen muss, dass Kenny Sram halt auch eines der Top-Teams ist und da auch ganz gut medienwirksam gearbeitet wird und auch ein bisschen Geld dahinter ist. Ja, aber ich glaube schon, dass die Situation allgemein im Frauenradsport verbessert hat. Also ich glaube, dass man das auf einer kleineren Skala schon, dass da alle Profiteams irgendwie einen Trainingslager haben und dann, wenn die Teams kleiner werden, so wie bei uns im Männerradsport, du dann Kontinentaltheams hast, also wie bei uns bei LKT ist das Trainingslager auch wesentlich kompakter und mehr basic als es bei so einem großen Team wie Boga Hansgrohe ist. Top, Top-Thema. Erzähl mal, was läuft bei euch, Paul? Paul ist gerade auch Malle mit LKT und richtig auch Dezember-Trainingslager. Wer ist dabei bei euch? Genau. Was geht ab? Ja, ich bin hier mit sechs Jungs, also quasi mit den sechs Straßenfahrern, die ich betreue. Bei uns gibt es so eine Beteiligung im nächsten Jahr mit acht Bahnfahrern und dann sechs Straßenfahrern und die sechs betreue ich auch als Trainer und genau, mit denen bin ich hier in Saar Pobla. Das ist, ja, kurz vor Polen, so ein Akudia, wenn sich auch Malle auskennt. Wir sind in so einer Finca, ist eigentlich ganz geil, und wir sind nicht direkt an den Bergen dran. Flach kann man ja auch fahren und ist ziemlich lässig. Macht Spaß mit den Jungs. Die sind halt alle noch sehr, sehr jung. Wir haben ein extrem junges Team im nächsten Jahr und ich mag so eine eher lockere, kleine Atmosphäre eigentlich lieber als jetzt irgendwie im großen Hotel oder auch als wenn wir jetzt hier mit 14 Mann wären, was dann alleine als Sportliche Leiter dann in dem Fall auch schwer zu handeln ist. Aber sonst laufen unsere Trainingslager entspannt aber als sie von den größeren Teams. Wir haben keine Pressearbeit zu leisten, wir haben keine Sponsoren zu lustigen, sondern wir sind einfach echt nur hier, um irgendwie die Arbeit zu verrichten, die zu verrichten ist und dem schlechten Wetter zu entgehen. Und wie sieht es bei euch mit Nutten aus? Ich habe jetzt Kater gecheckt. Nein, also hier gibt es keine Nutten in der näheren Umgebung, glaube ich. Warte mal gecheckt. Und nee, und Bordell, Chipclubs gibt es ja auch nicht. Der nächste Bäcker, der nächste Bäcker ist fünf Kilometer weg und macht auch erst morgens einen neuen auf. Also wir sind hier abgeschieden. Im Dezember und Januar alles zu auf Malle. Das ist halt ein bisschen Geister. Gerade in Saar Pobla da. Ja, aber das ist halt, das Geile ist auch, wir kommen hier gestern an, vorgestern, und die Hausbesitzer sagt, ja, alles funktioniert, kommen wir an, die Klima geht nicht, also die Heizung, dann Internet geht nicht, also es geht immer noch nicht. Und ja, man fühlt sich ein bisschen wie in so einem Entwicklungsland dann zum Fall. kein Modell und kein Pornhub. Also der Radsport hat sich echt krass verändert. Der hat sich echt krass verändert und ich überlebe es auch so. Im Osten war es besser. Ja genau, im Osten lief das. Nee, aber soweit alles ganz cool hier und lässig. Da ist ja kein großer Unterstützung in großen Teams, außer dass wir halt weniger Knimperim drumherum haben. Als ich in meinem U23-Trainingslauf auf Mallorca, da gab es eine lustige Story dann noch dazu. Irgendwie auch Abschlussabend war generell bei so U23-Trainingslager eigentlich immer Bierkönig sind die dann einmal hingegangen. Das war jetzt nie so mein Land und dann nächster Morgen Abfahrt zum Flughafen. Da fehlte einer und der damalige Mäzen, der unser Team damals gesponsert hat, der hatte dann auch ein Haus da und war auch am letzten Abend noch mit. kam dann auch noch so zur Verabschiedung und meinte so, ja, übrigens auf den Joachim braucht der nicht zu warten, der hat sich verliebt, der ist noch bei mir in der Bude. Die spielen noch nachlaufen. Ist das der Joachim T. gewesen? Genau. Genau. Oh Mann. Also letztens hatten wir auch, letztens haben wir unser Trainingslager über, also nach Weihnachten über Silvester gehabt in Girona und da gab es auch ein, zwei nette Geschichten, die ich natürlich jetzt hier nicht erzählen werde. Natürlich, hier wird nichts preisgegeben. Nee, nicht. Aber es hat auch nichts mit Frauen zu tun, aber war auf jeden Fall auch lustig. Mit Männern? In gewisser Art und Weise. Ja, genau mit Männern, ja. Noch viel interessanter. Apropos Männerbeziehungen. Wir haben eine weitere Sprachnachricht, eine weitere Schalte in einem Trainingslager von uns sehr bekannten Radsportlern. Also ein typischer Tag im Trainingslager. Meistens klingelt der Wecker so zwischen 7.15 Uhr und 8 Uhr. Dann macht man erstmal eine halbe Stunde Frühsport TRX. Also wir bei Katjuscha machen das mit den Jungs von Korox. Die kommen dann immer ins Trainingslager eingeflogen und machen uns eine halbe Stunde lang vor dem Frühstück. Dann meistens TRX-Training. Danach gehen wir frühstücken und dann ist meistens so um zwischen 10 und 10.15 Uhr Abfahrt mit dem Rad. Je nachdem meistens so zwischen 4 und 6 Stunden Training würde ich sagen im Dezember. Dann kommt man wieder, duscht, isst Mittagessen, schaut man bei seinem Serv vorbei, hat eine Massage oder wir gehen hier, wir sind ja im Robinson-Club, da geht man auch gerne mal in die Sauna abends. Dann hat man irgendwann Abendessen und dann entweder vor oder nach dem Abendessen meistens noch irgendwie ein Meeting mit Sponsoren, die vorbeikommen im Trainingslager und uns neue Produkte vorstellen oder einfach irgendwelche administrativen Dinge, die vom Teammanager und den sportlichen Leitern besprochen werden und dann geht man irgendwann wieder aufs Zimmer. Ich bin zum Beispiel hier mit Nils auf dem Zimmer, wir schauen meistens noch ein bisschen Fernsehen und dann macht der, der als Zweiter, als Letzter einschläft irgendwann mal den Fernseher aus und dann gehen wir pennen und es geht wieder von vorne los. Ja, ich bin gerade fast eingeschlafen bei der Beschreibung von Rick, was jetzt nicht unbedingt aus dem Trick zu tun hat, sondern einfach nur mit dem, was da passiert. Es ist seit Todes langweilig im Trainingslager, aber gehört halt dazu. Ich habe eine Sauna-Club gehört. Aber es ist eine schöne Sauna in dem Robinson-Club. Das glaube ich. Ich habe auch gerade eine Instagram-Story gesehen, wie die zwei mit einem Bademantel über den Garten laufen. Das finde ich eigentlich ganz auf den Instagram-Stories sieht es immer so voll spannend und sicher aus. Hörst du mal wirklich so, wie er es dann erzählt, morgens aufstehen. Wobei, was ich dir schon geschrieben habe und die Woche festgestellt habe, ist, dass anscheinend am letzten Wochenende die Jungs mal eine Instagram-Schulung bekommen haben bei Canyon oder bei Kartuscha. Weil Nils jetzt die Woche, der bis jetzt ein total sympathisches, authentisches Profil hatte und nur persönlichen Scheiß gepostet hat, plötzlich anfängt mit Story mit New Post ab und irgendwelche Produktfotos jetzt postet mit so, keine Ahnung, super professionellen Texten drunter mit Smilies und so. Ey Nils, mach das wieder normal, das ist irgendwie wack. Ja, stay real, Junge, stay real. das ist halt auch so bei Nils, also, ich kaufe dir das auch nicht ab, ich meine, so bei Rätten kaufe ich das irgendwann ab, aber so, nee, rekauche ich das auch nicht ab. Nils noch weniger, der ist einfach so ein normaler Typ, lustiger, normaler Typ, der braucht den Scheiß noch nicht. Andi hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, der meinte die Woche so, ja, das ist halt auch nicht so super fortschrittlich, die Marketingstrategie, es ist so ein bisschen 2015. 2018. Ja, aber was ich halt auch interessant finde, ist, dass die echt im Robinson-Club sind, ne, ich war da, wir waren da auch schon mal einmal, und immer wenn wir in die Berge fahren mussten, sind wir im Bus eingestiegen, im Teambus, da hat uns auf die halbe Strecke ins Gebirge gebracht, und dann sind wir abgefahren, aber du brauchst von da nach hinten, wenn du nicht, also für Sprinter super, wohl flach, oder wellig, aber wenn du mal einen Berg fahren willst, ist es ja ewig weit, da ist ja nur San Salvador in der Nähe, das ist schon krass. Also ich finde das eigentlich so vom Profi-Team echt beschissen gelegen, aber vielleicht können uns ja Rick und Neil darüber aufklären, weshalb man da ist, kann ich ja auch sein, dass eine gesponsorte Veranstaltung ist, des genannten Clubs. Ja, aber brauchst du im Dezember jetzt schon so viele Berge? Ja gut, aber ich glaube, ich meine, die ersten fliegen jetzt Ende des Monats nach Australien, um zu den anderen zu fahren, und Kettle Evans und so, und der Rest fliegt nun nach Argentinien oder nach Kolumbien und fährt da Rennen, also ja, also ich weiß es nicht, also ich würde jetzt, wir fahren jetzt auch schon Berge, also ich würde jetzt sagen, das ist nicht jeden Tag, aber man braucht sie auch, also ich glaube nicht, dass man sie nicht braucht. Naja, aber du bist ja in Salvador, Randa, kannst du auf Mallorca fahren, hast schon mal zwei Berge, die sind eine Woche da. Sind die nur eine Woche da? Ich glaube, ja. Ja, wir waren damals zwei Wochen da, das war echt richtig Sackgang, ich war in der Berggruppe, und sie mussten wir echt fast jedes Mal, wir sind immer die gleichen Berge gefahren, also immer San Salvador, fast gleiche Strecke, und dann halt immer irgendwie mit dem Bus Hälfte zum Bergen hin, und dann hochgefahren, das war halt echt Sackgang. Ich habe mal mit Geralt da fast einen Monat verbracht, aber wir sind trotzdem oft in die Berge gefahren, leider Gottes. Meine Idee war es nicht, aber... Dann haltet ihr aber auch sechs Stunden die ganze Zeit, oder? Mehr. Mit Brostwischen ewig. Mehr. Oder mehr, ja. Ja, da gebe ich dir recht, das ist ja nicht so cool, aber da ist halt ganz cool, so freizeitmäßig dann doch noch die Zeit zu verbringen, finde ich auch wichtig, ehrlich gesagt, dass man sich auch da wohlfühlt, also keine Ahnung, ich war auch schon in Hotels, oder Unterkünften, aber findest du es nicht zu groß? Das ist so scheiße. Zu groß? Ich finde, Robinson, ja, also ich mag diese riesen Hoteln da, die Robinson ist ja auch so ewig groß, also ich bin da kein, ich persönlich bin da kein Fan von, also ich kann ja so von mir sprechen, ich finde auch so, ja, ich mag die einfach nicht, diese langen Wege, oder dass man irgendwie so, der nächste Teamkollege ist dann irgendwie so gefühlt, so fünf Häuser, Blöcke weiter, und Physio ist dann irgendwie fünf Minuten Fußweg, das ist, es geht mir nicht um den Fußweg, sondern es geht einfach darum, dass alles so ein bisschen verstreut ist, und man den direkten Kontakt eigentlich nicht mehr so wirklich hat, dass man nach dem Training nur noch auf dem Zimmer rumliegt, wie bei Kösti, der halt nur noch Playstation spielt mit seinem Zimmerkollegen, und so eine Interaktion untereinander gar nicht mehr stattfindet, außer man trifft sich am Pool, um Instagram-Bilder zu machen, die dann zu posten mit New Posts. Naja, die werden ja gemacht, die Instagram-Bilder, die werden ja jetzt von professionellen Fotografen geschossen. Das ist aber jetzt schon so, quasi, das sind nicht die First-World-Problems, das sind vielleicht die World-Tour-Problems, aber das ist der Weg zum Masseur soweit und so, ne? Vielleicht kann Basti jetzt nochmal so einen Einblick geben, wie sein Trainingslager denn so aussieht, wenn er auf Mallorca ist, oder wo auch immer. Ich weiß, Was sind dann deine Probleme? Ist es auch so weit immer zum Masseur? Ne, ich habe eigentlich nur noch geile Trainingslager. Früher war ich tatsächlich auch nochmal mit dem Team im Trainingslager, aber mittlerweile macht man das ja nur noch so mit Kumpels dann. Und dann, wenn man gute Kumpels hat, dann haben die auch ein Haus auf Sardinien, was total geil ist, wo man jeden Tag zwar richtig stabil Rad fährt, aber den kompletten Rest irgendwie super krass schlemmt und kocht zusammen und irgendwie halt noch einen Wein säuft abends, ne? Okay, du bist ja auch ein Hobbyfahrer. Ja, eben. Training ist schon geil, ne? Auch Trainingslager tut mir immer gut, fühle ich mich gut, mehr trainieren ist immer gut, aber bei mir ist dann halt noch Fun dabei, so. Entweder mit Kumpels oder letztes Jahr war ich alleine beziehungsweise ein Kumpel in Kalifornien besuchen. Auch mega gut. Ja, weil das Urlaub, das ist kein Trainingslager. Ja, aber das ist halt so verbunden, und ich fahre dann schon irgendwie jeden Tag halt sauviel, aber gucke mir halt dann auch noch die Landschaft an und mache halt Urlaub dazu. Das ist halt was komplett anderes als Team-Trainingslager im Dezember mit Profi-Team. Aber ich finde, da ist halt auch noch mal echt ein Unterschied zwischen riesen Profi-Teams und irgendwie 30 Fahrern oder so einem Team, wie es als LKT ist. Also ich meine, ich finde es halt besser, wenn so die gerade jungen Rennfahrer irgendwie unten, jetzt unten sitzen sie gerade und gucken sich Fluch der Karibik 1 an oder so ein Scheiß und lachen sich einen Ast ab über ein filmisches Thema geschaut haben. Die sitzen halt da zusammen, kochen zusammen, räumen zusammen ab. Oder was? Wie bitte? Haben die gekifft vorher? Weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt schon seit einer Stunde um oder über eine Stunde um im Schlafzimmer und nehme mit euch auf. Von daher weiß ich nicht, was die da unten treiben. Aber das finde ich halt so auch als Anführungsstrichen Teambuilding-Maßnahme schon auch besser als jetzt so ein Riesenhotel. Aber das ist halt echt auch teambezogen. Der LKT-Fossi, der Erziehungsbeauftragte, muss gleich mal wieder nach dem Rechen sehen. Paul, du hast auch noch eine Bekanntmachung hier. Du bist ja nicht nur als Teamleiter da wahrscheinlich, sondern auch zum Trainieren, oder? Nicht nur der LKT-Fossi, nicht nur der Bundes-Fossi, sondern auch der Bundes-Fossi. Der Krossi. Paul fährt in Kleinmachno die deutsche Meisterschaft Kross und leider, da er natürlich keine UCI-Punkte bis jetzt sammeln konnte als Bundes-Fossi und LKT-Trainer, muss er von hinten starten. So wie jeder Lauch beim Jedermann-Rennen oder beim Marathon, der keine Vorleistungen hat, von hinten starten muss. Aber der Bundes-Krossi, der wird richtig Gas geben, oder? Ja. Ja, ich bin gestern mal die ersten Intensitäten hier gefahren auf Malle und ich muss sagen, das läuft nicht mehr so frisch wie vor zehn Jahren so ungefähr. Nee, das sieht momentan eher schlecht, hat recht aus. Aber ja, ich stelle mich da erstmal mit an den Start, kriege jetzt auch ein ziemlich geiles Rad von Kennedy und genau deswegen bin ich da auch umso mehr motiviert, weil natürlich von Karl Basti mit zustimmen, dass ein neues Rad manchmal vielleicht auch Flügel verleiht. Und von daher bin ich, was heißt motiviert, ich habe halt Bock drauf. Das ist irgendwie 20 Minuten Radsfahrt von da, wo ich jetzt wohne. Meine Familie wohnt in der Nähe und auch einige Freunde und das ist natürlich schon auch ein geiler Kurs und jo, ich freue mich drauf. Schön aus der letzten Reihe mit dem, das Geilste war, einer meiner Fahrer, den ich auch trainiere, der Christian Koch, der fährt auch mit und dann stehen wir wahrscheinlich beide hinten in der letzten Reihe zusammen. Oh Gott, dann machen wir noch eine Wette vorher oder? Meinst du, den hast du auch im Sack. Wie viele Starter gibt es da? Boah, KM 40 oder sowas, 50, weiß ich nicht. Ich habe gerade schon eine Wette unten, der Luca Bockelmann, der fährt nächste auch bei uns, der fährt auch Cross oder fährt nach U23 und ich habe belegt, ob ich noch im Vorfeld ein, zwei Rennen fahre und da meint er schon, ich meinte ihm, vielleicht habe ich dich noch im Sack, aber ich habe so reingeworfen, einfach nur. Nee, glaube ich nicht und okay, Wette angenommen. nee, mal gucken, Deutsche fahre ich erst mal, ob ich da vorne Radrennen fahre, weiß ich nicht. Ja Leute, ihr habt es gehört, 13. Januar, Klein Machno, wir sind auf jeden Fall besenwagentechnisch beim Start, kommt da hin und reißt die Hütte ab und ja, peitscht Paul nach vorne. Wir bringen noch ein paar extra Volt mit. Ja genau, ein paar extra Watt. 8000. Da Paul aus der letzten Reihe starten muss, werden wir auf jeden Fall noch 8000 Watt extra mitbringen und gucken, ob das was bringt. Genau, aber aber allgemein kann ich jedem, der in der Berliner oder der im Berliner Raum ist, empfehlen, da hinzukommen. In der nördlichen Hemisphäre? Ja, in der nördlichen Hemisphäre. Aus den Nachbarländern sind alle herzlich willkommen. Ja, das ist mir ernsthaft. Am 12. ist auch am Nahmittag das Frauenrennen und über den Tag wird halt natürlich schon Nachwuchsklassen und gerade bei denen wäre es schon schön, wenn auch schon Zuschauer an der Strecke und die sprechen anfangen. Und Berlin ist auch nicht weit. Ja, ich bin da hingefahren letzte Woche, ne? Das ist echt nicht weit. Im Fahrrad. Ja, genau. Ich dachte, es will weiter. Okay, Instagram-Tipps, bam. Super Überleitung, ja. Ich hätte jetzt einfach mal Paul gefragt, wie er jetzt da so abschaltet, wenn er das harte Training hinter sich hat mit den Intensitäten und so oder was er sich da jetzt aktuell zu reinzieht. Ja, Paul. Paul, bist du noch da? Ja, hast du mich was gefragt? Ey, Junge, ganz ehrlich, ich habe gerade über dich geredet und gefragt, was du so dir gerade aktuell anhörst zu recovery oder Intervall zu deinem harten Training, was du da gerade machst. Vielleicht mache ich mich mit dem Lied sogar ein bisschen lächerlich, aber ich finde das gerade irgendwie geil. Schlimmer wird es nicht. Es ist Mischlawi all night. Kennt ihr das? Mischlawi? Mischlawi? Sagt mir jetzt gar nicht. Keine Ahnung, das kennt ihr bestimmt, wenn du es hörst. Hier steht auf Soundcloud nur, nee, nicht auf hier. Spotify steht nur all night. Keine Ahnung, wie das richtig heißt. Bei mir kam im Shufflen-Modus von allen Liedern, die ja so auf meinem Telefon gespeichert sind letzte Woche mal wieder The Streets mit Has It Come To This? Fand ich früher ganz geil, finde ich heute noch geil. Britischer Hip-Hop. Ich dachte, da kam jetzt Jean-Paul. Ach ja. Ja, bei mir wird es wieder ruhiger auf jeden Fall. Und zwar hat ich da jetzt sowas entdeckt, Evie und Fragments heißt das Lied. Das ist auf jeden Fall zum Entspannen nach so einem Berlin-Wochenende vielleicht nach der Deutschen Meisterschaft oder so wie jetzt letztes Wochenende. Gar nicht so schlecht. Ja, Paul, jetzt hast du kein Internet da, ne? Was machst du denn jetzt? Warte, Instagram-Tipp. Hast du denn noch einen Buchtipp oder so? Wenn du jetzt auf Instagram so Tipps geben kannst? Nee, nee, ich habe Instagram-Tipp. Echt? Ja, ja. Okay, hau mal raus. Richtig kreativ und zwar LKC Team Brandenburg. Aber gibt dir dann wenigstens ein paar Insights aus eurem Team-House da jetzt? Na, ich kann mir nach den Lock-In-Daten fragen, dann kann ich das machen. Ja, auf jeden Fall. Wenn, dann wollen wir doch was sehen. Ich folge ja gut, ja, aber nur, also wir sind jetzt noch hier bis zum, wir sind jetzt hier noch so bis zum 20. da, wenn die Folge rechtzeitig rauskommt und wir bis dahin über 1000 Follower haben, dann posten wir. Wie viele habt ihr jetzt? 1865. Boah, das kriegen wir hin. Also, Leute, ab 1000 fängst du an zu posten? Dann kommen Nudes aber. Ja, Hütte Lasters übrigens. Wollen wir nicht sehen. Ja, ähm, mein Instagram-Tipp ist, äh, Maison Henderson. Folge ich schon seit Ewigkeiten, weil er einfach geile Fahrradfotos macht und, äh, naja, ich würde sagen, cooler Typ ist, aber eigentlich macht er hauptsächlich geile Fahrradfotos. Und, äh, lustigerweise, ich habe ja so neben dieser Besenwagenfahrt, die ich hier, äh, bestreite, noch ein ganz geiles Projekt. Werde ich auch irgendwie in ein paar Wochen nochmal drüber reden, aber, ähm, ich habe ja angefangen, so ein Fahrrad zu bauen mit so einer Firma aus Berlin und diesem Maison haben wir jetzt eins geschickt und er hat ein paar geile Bilder davon gemacht. Guckt euch das an. Ähm, ich habe wieder einen Fotografen-Account rausgesucht, und zwar, äh, Eifel-Explorers. Das ist ja sowieso... Andi Stauff und die Eifel. Eine Love-Story. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Es gibt kein geileres Land als die Eifel für Andi Stauff. Ja, ich sage, Stauffi als Nicht-Bergfahrer. Hör mal, die Berge in der Eifel, die sind für mich auch noch machbar. Ja, die sind machbar. Deswegen mag ich ja auch so die Eifel. Der hat so richtig so, der geht so Bergwandern in der Eifel, zum Gipfelkreuz, wie andere in den Alpen wandern gehen. Nee, Wandern in der Eifel war ich noch nie. Fahrradfahren. Genau. Aber dafür kannst du jedem empfehlen. Eifelpässe. Oberlauchsprint. Wenigverkehr. Stimmt. Alles in der Eifel. Andi macht auch irgendwann so ein Tourismus-Ding in der Eifel. Ja, das müssen wir rausschneiden jetzt auf jeden Fall. Sonst kommt auch einer vor mir auf die Idee. Was heißt eigentlich LKT, Paul? Ja, für die, die es noch nicht wussten, das ist die Lausitzer Klärtechnik. Und was machen die so? Wir beseitigen die Scheiße in deutschen Haushalten. Weltweit. In Lausitzer Haushalten. In Lausitzer Haushalten. Nee, die machen Klärtechnik. Die machen, dass es bei euch zu Hause nicht stinkt. Machen die auch so einen Tag der offenen Tür für euch, fürs Team? Geht ihr da mal so die Kläranlagen? Abtauchen und Totschüsse. Alle mal abtauchen. Ja, genau. Ist aber kein Scheißjob. Du kannst ja nur froh sein, dass Radsport nicht wie Fußball ist. Ich kann jetzt schon so Fan-Lieder hier singen. Team Scheiße Brandenburg oder so. Vielleicht wird es Zeit, sowas einzuführen. Es gibt ja nicht Fußball-Bundesliga, gibt es ja auch Rad-Bundesliga, da so Fan-Clubs an Straßen ranzustellen. Das wäre geil. Ja, auf jeden Fall. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Hat jetzt Kartusche eigentlich angefangen, Namen hinten auf Trikots zu drucken? Ich habe eins gesehen mit Zabel drauf. Das habe ich ja schon gesagt die ganze Zeit. Auf allen Trikots stehen Zabel drauf. Ja, voll geil. Und irgendjemand hat doch gesagt, es wäre verboten. Nee, Namen ist okay. Ey, das ist super. Gibt es ja auch schon länger. Es darf nicht größer sein als noch der Sponsoren-Name, oder? Super. Und noch eine Nummer drauf. Immer die Doppel-Null. Nummern ist tatsächlich schwieriger. Ja gut, weil Rennnummern und so. Gegen UCI und so. Ja. Wir hätten ja zum Beispiel bei MTN ein, hatten wir dieses Kubecker-Kuh, hatten die die Idee für jeden Fahrer den Anfangsbuchstaben zu nehmen, den dann halt so großflächt hinten drauf und das war dann halt nicht UCI-konform. Die Trikots wurden alle verschenkt. Danke, UCI. Ja, wir waren die Tage öfter mal auf dem Weg nach Hause oder hier mit dem Besenwagen sind wir rumgefahren, auf und zu mal beim Kölner Zoo vorbeigefahren und standen ja schon ein, zwei Mal vor dem Gorilla-Gehege und einmal haben wir ganz kurz was gehört und dann war es wieder weg. Da müssen wir jetzt eigentlich nochmal gucken gehen, glaube ich, oder? Ja, lass das nächste Woche machen. Oder vielleicht die nächste Woche, irgendwie die nächsten Tage, falls wir das dann nächste Woche doch nicht machen. Ja. Ich stehe ja Weihnachten mal vor der Tür. Aber eine Folge wird es auf jeden Fall noch geben dieses Jahr und zwar haben wir uns gedacht, wir holen euch mal so ein bisschen ab da draußen, weil das war irgendwie ein ganz cooles halbes Jahr für uns auch. Besenwagen ging irgendwie brutal ab, konnte man ja selber nicht so richtig ahnen. Hatte mehr PS, als eigentlich aussieht. Ja, ja. Wir haben so einen kleinen schrottigen Trailer aufgenommen und irgendwie drei Folgen später war das irgendwie absehbar, dass ihr alle total eskaliert seid für uns so wahrnehmbar und das finden wir ziemlich cool und wir dachten uns in der letzten Folge nehmen wir euch mal so ein bisschen mit rein. Also entweder manchmal sind so ein paar Fragen offen geblieben bei euch, dann hat uns der eine oder andere geschrieben hier, ihr habt das und das erzählt, das ist irgendwie keine Ahnung davon, was habt ihr da eigentlich gemeint oder ihr verbindet für euch selber irgendwas mit dieser Besenwagenfahrt. Auf jeden Fall schickt uns das, schickt uns das per E-Mail-Fragen oder irgendwelche lustigen Sprachnachrichten, wenn irgendeiner eine richtig dumme Sprachnachricht schickt, dann ist es relativ sicher, dass du hier in die Sendung mit reinkommst. Unsere E-Mail-Adresse ist kontakt besenwagen.com und da man jetzt seit neuestem über Instagram auch Sprachnachrichten schicken kann, könnt ihr das ja mal probieren. Genau, schickt uns einfach, egal zu welchem Thema ihr Fragen habt, schickt uns einfach was und vielleicht können wir es selber gar nicht beantworten, weil unsere Kompetenz sehr begrenzt ist und dann hören wir uns mal so richtige Expertenmeinungen dazu und versuchen euch alle Fragen zu beantworten, die ihr so habt. Ich hoffe, dass wir diese Fragen zu trainingswissenschaftlichen Sachen bekommen, damit wir den guten Henrik Werner nochmal anrufen können und dann kann ich mir das aufnehmen und dann wieder schön zum Einschlafen nutzen in dieser beruhigenden Stimme. Aber ich dachte, du bist unsere Fachkraft hier für Trainingswissenschaften. Nee, ich bin ja für Klärkraft. Ja, ich habe den C-Trainerschein gemacht, aber ich habe die bescheinigen noch nicht, also bin ich noch nicht offiziell und außerdem habe ich natürlich nicht die Kompetenz wie ein Henrik Werner, also bei weitem nicht. Ansonsten Fragen zu Frauenradsport haben wir auch, Antwortgeber parat, Fragen zu Social Media Teamkompetenz haben wir auf jeden Fall bei Katusha Experten sitzen. Aber ey, vielleicht fällt euch auch einfach selber irgendeinen Scheiß ein. Schickt uns einfach was ihr wollt. Schatzi, schickt mir ein Foto. Nee, bitte, dass wir den Fotos sein lassen. Ja, lass das, bitte. Stopp, wie viele Nudes haben wir nicht bekommen? Du hast doch den Login. Guck doch mal nach. Ja, aber das waren die Überflutung an Nachrichten. Wie viele waren es denn? Bist du geschädigt? Ich habe schnell genug wegtreten können, aber ich glaube, was jetzt ist länger an der Foto. Okay, jetzt gehe ich auch mal rein. Ciao. 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 Ey, was für Nudes haben wir denn bekommen? Keine, Mann, wir machen ja einfach so ein Gag draus. Ah, okay. Oh, 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 Jungs, Hanke hat gerade eine Story gemacht über sie im Lackanzug. Nein. Junge, 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 Junge. Das Foto kenne ich aber, das ist schon altes. Ja, aber das ist halt im Hintergrund. Ja, das war auch mal in irgendeinem Kalender. Sexy Cycling Kalender. Basti bestellt ja jedes Jahr den Sexy Cycling Kalender. Ich habe den abonniert, ja. Ich bin Mitherausgeber im 8000 Watt Verlag. Ja. Besenwagen Verlag. Wir machen auch einen Sexy Cycling Kalender, aber mit halt männlichen Models. Ja, keine Ahnung, wenn das dein Ding ist, dann mach das an. Mit dir, Mann? Nee, nee, aber vielleicht mit Rick auf jeden Fall. Rick kommt richtig gut. So, Jungs, Typo eingeölt. Sind wir eigentlich fertig? Ja, eigentlich schon. Okay.